So ihr Lieben, welcome back bei Jens von Minga Gaming. Weiter geht's mit Tennis World Tour 2 und unserem Karrieremodus. Wir steigen ein in die Berlin Bär Open, ins Berlin Bär Turnier, wenn ich das mal so sagen darf. Und da steigen wir direkt ein und ja, irgendwie muss ich mich zu Level 2 rüberhangeln, denn ab dann kriege ich zum Beispiel schon deutlich bessere Ausrüstung auch in Form von Tennisschlägern etc. pp. Das habe ich mir schon mal angeschaut. Das habt ihr vielleicht auch zuletzt in der letzten Folge gesehen. Da habe ich es dann auch ein bisschen gezeigt, was man da kaufen kann. Und dann steigen wir mal hier ein und dann werden wir das Match auch beginnen. Der Gegner Second Serve. Kleiner Vorteil vielleicht für mich. Das möchte ich sehen. Den challenge ich. Oh, okay. Der war deutlich im Aus. Egal, wenn ich die Möglichkeit habe, dann kann ich das natürlich auch machen. So. Muss ich eigentlich besser nutzen, dass mein Gegenspieler hier eigentlich mit dem ersten Aufschlag bislang nicht wirklich zurechtkommt. Schöner Return. Jawohl. Kann man sagen, vielleicht ein kleiner erzwungener Fehler. Ein kleiner. Ein kleiner. Oh, den habe ich gerade so gekriegt. Sehr gut. Oh, schade. Da hat er mich gut ausgespielt. Da gibt es gar keine zwei Meinungen. So ganz klassisches Tennis. Erst aus meiner Sicht ganz nach links gedrängt. Dann habe ich den Return zu mittig gesetzt. Und dann hat er natürlich auch den zweiten Schlag rechts perfekt gesetzt. Wie auch das Ass. Und er hat schon Matchball. Wie gesagt, ich mache verkürzte Matches. Das ist aber schon sehr, sehr kurz, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, wenn ich dann in Zukunft mal besser bin. Das müsst ihr ja auch mal so abwägen. Dann kann ich schon auch mal bei so einem Turnier vielleicht mal zwei, drei Matches hintereinander zeigen. Dass es auch für euch interessanter wird. Auch mal eine Entwicklung zu sehen. Das gehört dazu. Na, seht ihr? 40, 30. Was? Vielleicht geht noch was. Ah, er kriegt wieder nicht gut serviert. Schauen wir mal. Erstmal muss ich den Ball rüberkriegen. Ich muss vielleicht auch mal in den Schlägen variieren. Mal hier mit einem Slice gleich zu machen. Ja, der war gut. Jawohl. Einfach den Gegner zum Fehler gezwungen. Und das war sicherlich unnötig. Schauen wir mal. Jetzt habe ich Blut geleckt. Ja. 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 Komm, Junge. Matchball. Mike Minka. Komm. Lass dich nicht locken. Spiel nicht zu offensiv. Auf geht's. Der Gegner scheint unkonzentriert. Konzentriert. Ach, Mann. Starker Return. Starker Return. Hörn. Aber so macht es doch Spaß. Egal wie das Match jetzt ausgeht. Das macht schon mal echt feats. Oh, Glück gehabt. Aber gut, dann bricht er natürlich auch mal einen Sprint ab. Also den hätte ich dann schon gekriegt. Die gehe ich jetzt mal von aus. Komm, Mike Minka. Komm, hol dir nochmal einen Matchball. Komm. Der war gut. Komm, mach Kai. Oh, da komme ich nicht ran. Da komme ich nicht ran. Perfekt. Muss ich dem Gegner... Upsala. Oppala. Oh, das war jetzt ein schlechter Clipping-Fehler. Oh, jetzt habe ich Matchball gegen mich. Schade. Oh, aber der kriegt eigentlich... fast überhaupt keinen ersten Aufschlag hin. Ja, jetzt... diese taktische Karte mal sehen. Ja, der war gut platziert. Der war gut platziert. Nicht zu lang machen. Komm. Schönes Duell. Ja! Jawoll! Zum Fehler gezwungen. So muss es sein. Ja! Wieder ein Matchball. gut pariert. Und nicht zu offensiv gespielt. Sehr gut. Ich habe also nicht so wahnsinnig gut platziert, wenn ihr es gesehen habt. Aber ich habe nur gedacht, na, der Gegner macht vielleicht den Fehler. Und jetzt konzentrieren. Ja! Mein erster Sieg! Wuhu! Yes! Mein erster Sieg! Natürlich mag es Leute geben von euch, die sich vielleicht an dieser Matchkürze dran stören. Da muss ich nochmal gucken, ob man das jetzt vielleicht hätte auf... Aber ich nachjustieren können auch vielleicht drei Gewinnspiele. Das mag schon sein. Aber ich glaube, mit den höheren Stern-Turnieren ist das eh geregelt. Denn dort wird man nicht nur mit einem Aufschlagspiel ein Turnier-Match gewinnen. Gefällt mir! Mann! Ich habe geil dagegen gehalten. Zweimal Matchball gegen mich gehabt, aber auch zweimal einen selber gehabt. Den zweiten konnte ich nutzen, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe. So, ihr merkt es. Ich bin euphorisiert. So macht das Spiel auch Spaß. Und das gefällt mir einfach. Ein Karrieremodus, der einem ein bisschen was mit an die Hand gibt. Aber wo man eben sich auch selbst beweisen muss. Wo man auch ein bisschen geduldig sein muss, gerade zu Beginn. Ich hatte es ja hier schon in den ersten Folgen gesagt. Das ist schon nicht so leichte Kost. Aber wie ihr seht, das hat richtig Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich möchte das Match natürlich jetzt hier verlassen. Und da machen wir beim nächsten Mal weiter beim Berlin-Bär-Turnier. Mein erster Match-Erfolg in einem Turnier. Mir hat es super gut gefallen. Ich hoffe, euch auch am Ende von diesem Video auch noch weitere Videos zu Tennis. World Tour 2 verlinkt. Unter anderem ein, wie ich finde, sehr gelungenes Preview-Video. Und ich bedanke mich fürs Reinschauen. Und wünsche euch eine angenehme Zeit auch auf unserem Kanal. Lasst einen Daumen da. Lasst einen netten Kommentar da. Und wenn es euch gefallen hat, auch gerne ein kostenloses Abo. Und verpasst zukünftig keine Spiele mehr. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Jens von Minga Gaming.